Peace Leute, wir sind hier gerade auf dem Rastplatz. Ich habe meine Airpods drin und wir haben gerade krasse Packen hinten im Kofferraum. Ich würde sagen, die müssen wir jetzt einfach mal aufmachen mit unterwegs. Peace Victor. Peace Alex, das geht. Wir sind hier gerade auf dem Rastplatz kurz vor Düsseldorf und mein guter Freund Victor ist hier auch in der Stadt. Ja, grüßt euch. Ist hier ja nicht kalt. Nein, geht sehr gut. Ja, wir sind zufällig hier auf ein Paket gestoßen, auf das ich schon etwas länger warte. Und ich dachte, wir machen das jetzt mal zusammen auf. Ich hoffe, tontechnisch passt das. Aber es ist nur so ein kleines Mini-Pack-Opening. Und zwar haben wir hier ein Dior-Paket mit einem schönen Umschlag. Victor hat die Schuhe schon auf Instagram geunboxt. Ah ja, das ist aber nett. Krass, dass sie die selbe Anschrift haben. Ja, ja, ich sagte auch gerade kurz. Gut, machen wir das Ganze mal auf. Leute, ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, um welchen Schuh es sich hier handelt. Aber trotzdem dachte ich, lasse ich es mir nicht nehmen, den hier nochmal auszupacken. Und zwar haben wir dann hier noch so eine Bag-Schnürsenkel. Das geht jetzt gar nicht. Und dann kommt auch hier schon der Schuh zum Vorschein. Dior Chucks sind das. Die sehen aber gerade schon krass groß aus, würde ich mal so sagen. Also, ich habe mir jetzt größtens 42 geordert. Ich glaube, die passen mir. Aber es ist auf jeden Fall an sich ein sehr geiler Schuh. Krasses Material. Ich kann mir jetzt bald einen Partner mit Bilder machen. Ja. Okay. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.